Guten Tag zu Beisport. Mit Noobs oder so. Keine Ahnung, Andy ist gut, ich nicht. Äh, Royal League. Yay. Ah, wir kämpfen direkt gegen Clan. Clan-Kampf. Easy. Warum hab ich jetzt noch schön falsche Farben drin? Ey, weil wir unsere Club-Farben haben, Bro. Ja. Ich hab nicht gegen die Club-Farben, aber an sich grundsätzlich so, ich hab schon was gegen sie, weil sie sind nicht meine Farben, sie sind nicht pink. Hallo? Bartz-Rot ist doch wunderschön, Andy. Ey. Grundsätzlich ja, aber nein. Und die Killing-Free-Gold. Ah, scheiße, ja, gut, da konnte ich nichts machen. Äh, okay, John, du musst gehen, was gehst du hin? Ich krieg's easy. Oh, John-Ana. Easy. Pop-off. I'm poppin' off. Hehe, boah. Two seconds later. Äh, stehst du hinten? Ja. Nein, suchst du nicht. Schade. Ich dachte nicht, dass der so perfekt fliegt, okay? Ein Power-Fill auf. Und ich bin scheiße. John, du machst den. Vorlage. Perfekt, John. Weil's Spiel hat geleckt. Wegen der Aufnahme, dachte ich mir schon fast. Oh fuck. Der kommt leider ziemlich gut zu uns. Oh, die haben beide verkackt. Ich hab einen von denen weggeschubst. John, das schaffst du. Bitte glauben wir nicht einen Boost. Danke. Der Typ hat mich weggeschubst. Ehrenloser. Alles gut, ich hab ihn. Warte, den kann ich actually reinmachen. Und ich war kacke. Ich will hinten natürlich rein. Und das wird ein Gegentor, das wir kassieren. Weil ich nicht schnell genug da bin, weil ich keinen Boost hab. Easy. Nicht, wenn die zu kacke sind. Oder sie hinten rein. GG. So spielt man, das ist übrigens ein Tutorial on how to not play Rocket League. Warum sind wir noch hier? Nur um zu fangen. Legst du so hart wegen der Aufnahme? Nein, das war jetzt gerade mein eigener Schuld. Du machst einen Hundesohn. Was bringt den das? Keiner Sohn eines Hundes. Wir sind eh scheiße. Wir sind auch scheiße. Ja, aber... Ja, gut. Karma always catches dir, sag ich's nicht. Oh, Janna? War er leider nicht schnell genug. Ich war leider nicht schnell genug, sorry. Ich war zwar zu weit hinten. Nein, der Typ hat ihn wieder auf die richtige Bahn gelenkt. Oh mein Gott. Das freut mich gar nicht, dass die Deutschen sind. Gut, ehrlich zu sein. Das macht's für mich irgendwie nur noch schlimmer. Das lässt mich irgendwie scheiße aussehen. Perfekt, danke für die Vorlage. Bruder, bessere Vorlage geht doch nicht. Guck's dir an. Obwohl ich fast zu später reagiert hätte, aber ich hab's noch geschafft. Ich hätte fast ihn auch noch bekommen danach. Er hat mich kaputt gebraut, damit ich ihn nicht reinmachen kann. Ich realisiere gerade, dass die Duo-Fights geschrieben haben. Oh, nochmal ein Team-Kampf. Oh nein. Ich bin nicht daneben. Und deswegen bleibt immer einer hinten? Ich bin nicht daneben gefahren. Das deswegen inter ich rein. Ich hasse mein Leben, Alter. Warum bin ich so scheiße gerade? Auf ein neues. Übrigens, nicht wundern. Perfekt. Ein Power-Rillauf. Saved. Vom Handy deiner. Oder warte. Oh, die Kombo. Mein Gott. Hätte uns... Ich hab für kurz gedacht, dass du ihn berührst. Ich hasse mein Leben. Wie kann ich so hart die Flanke... Einfach die Latte-Tack. Handy, keiner. Nein. Ich hasse mein Leben. Ich kann gerade gar nichts. Ich mach ihn rein. Handy, unsere Gegner hinten. Okay, perfekt. Perfekte Vorlage, Janna. Janna, bitte mach ihn rein. Aye, aye, Captain. Perfekt, ich hab ihn rein gemacht. Du gehst wieder. Du gehst wieder. Oh, fuck. Ich hab getroffen. Oh mein Gott. Der eine macht den halt wieder selbst rein. Weh, Profi. Vorlage? Okay, hab ihn nochmal berührt. Schade. Ich glaub, ich werde scharf genug anschneiden. Ich hasse es. Ich kann ihn in der Luft leider richtig schlecht bei der Richtung wechseln. Darum bin ich gar nicht gut. Ey, warum bin ich so hart? Warum bin ich so scheiße gerade? Ich kann den Ball nicht sanft spielen. Sagt er und gibt eine perfekte Vorlage. Bitte halt ihn. Oh mein Gott, ich lieb dich, Janna. Ich weiß. Ich bin ein Idiot. Er hat daneben gefahren. Passiert mir aufständlich. Aber die machen ihn selbst rein. Ich bin ein Genie. Ich weiß, ich hab mir den Clip angeschaut. Ich hab schon wieder IQ verloren. Wegen mir? Wegen den Gegend an. Oh, ey, gut, dann machen sie sowas. Passiert wieder sowas. Digga, passiert wieder sowas. Was ist das denn? Du kriegst so viele Gratis-Tode in den Arsch geschoben. Ich bin einfach 500 IQ. Okay. Mein Gott, Junge. Ich kann so niemandem erzählen. Quit this game. De-install. Ich bin Diamond bereit oder so schon. Also wirklich. Perfekter Diamond-Bereich. Ich bin Diamond bereit oder so schon. Wir haben aber alle getroffen. Wir haben zwei getroffen. Der ist alle mit euch liegen geblieben. Hey, hallo, warum bist du hier? Alles gut. Ich hab noch mal eine schöne Parade abgesnackt. Nicht in den Boden berührt. Scheiße. Ja. Oh, jetzt gibt es eine Revanche. Zumindest drei von vier. Oh, mach da rein. Mein Verzweckung ist immeasurable. Und mein Tag ist verrund. Ich bin nicht. Der ist drin, der ist so was von drin. Oh mein Gott, ich seh den so hart drin. Mein Gefei-Dim. Ich seh den so hart drin. Oh mein Gott, Andy. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Du hasst mich. Er hat ihn berührt. Nein. Oh mein Gott, ich hab den so hart gesaved. Der geht rein, John. Den kriegst du. Den machst du. Perfekt. Wir spielen gerade zu dritt. Perfekt gegen dich. Oh, warte. Ich kann ihn auch reinmachen. Klaut der mir. Schnaubt der mir den ab. Ja. Guck, ich hab extra den Backflip gemacht. War richtig ready, den reinzuhauen. Perfekt, John. Feier ich. Hehehe, boah. Möglicherweise hab ich eigentlich versucht. Also ganz kurz. Ich konnte, in dieser Situation konnte ich nichts machen außer zuschauen. Der war zu schnell. Ach man. Du bist einfach zu gut. Ich hab Vorlage bekommen, was? Alles gut. Ich bin der Ball. Ein guter Spieler zu werden, musst du erstmal lernen, wie du der Ball bist. Sei der Ball. Dann kannst du sowas machen. Sei der Ball. Der Tür war auch der Ball. Perfekt, guck mal. Sei der Ball. Und sei. Schade. Fuck. Ich verlau mich, ich weiß echt, was das gerade für ein Ballspiel war. Oh, perfekt. Ich bin tot. Perfekt, die Vorlage, John. Ich bin der arme Typ. Okay, du musst fahren. Okay, das kann ich. Die dürfen jetzt kein Torkasten. Ich bin komisch gefahren. Scheiß. So ausgestraft. Der geht noch rein. Perfekt, GG. Ah, warte mal, scheiße. Ich kann jetzt gar nicht trinken. Ich muss meinen Move machen. Oh, hast du den Stunt gesehen? Bruder. Magie. Wir gehen die anderen gehen nach fahren, oder? Wir machen noch eine Runde. Und dann, wir machen ein Best of Five gegen die. Esu. Andi ist Team Pink. Ich bin Team Pink, das ist richtig. Das war's mit dem Video hier. Ja, Uro Del, äh, Uro Del Surim hat leider gewonnen diesmal. Das war's mit dem Video hier. Ich will nicht, ich will nicht mehr weiterspielen. Ähm. Hä, wir, wir, wir haben... Lass dein Like da. Ja, wir haben noch nicht gewonnen, Jana. Ähm. Man sieht sich nächste Woche wieder, denke ich, zu einem neuen Video. Schaut bei Andi auf dem Kanal vorbei. Da gibt's jetzt auch Rocket League. Tschüss. Tschüss. Tschüss.